servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal heute machen wir mal was spannenderes wir machen jetzt keine große challenge oder so wir nehmen euch einfach mal offene session mit wie einen kleinen vlog und das besondere an diesem video ist in diesem video lösen wir das erste gewinnspiel auf das gewinnspiel von dem 1000 abonnenten special deswegen bleibt auf jeden fall dran und ich würde sagen wir quatschen nicht viel und fahren einfach mal eine runde das war geil aber geht kosten das war ein cool teuer ein jok jo jo magal jo jo uoho Und? Alter Fallenlach Junge First try am klein Alter. Robin macht den jetzt auch im Kleinen. Komm Junge. Ja. Oh. Schade. Iger. Schade. Frondi. Am Kling. Ja. Jawoll. Statement Robin. Das geht scheiße. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh. Nee, ich hab das auf dem Bock mehr. Scheiße. Halt's Maul. Alles Brune. Alles Brune. Gucken was Kevin macht. Oh, yo. Boah. Hä? Boah. 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 Jo. Jo. Jungs, ich mach jetzt mal einen 720. Easy. Äh. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Macht der was der Kollege? Bruder. Hoffentlich ist es im Arsch. Ich bin kaputt. Aber, vielleicht mach ich dann einfach nochmal einen Fotofill auf dem Großen. Äh, bleibt dran. Wir machen heute Giveaway Auslosung. Also, wenn ihr sehen wollt, dass ihr gewonnen habt, müsst ihr bis zum Ende schauen. Ja, easy. Ja, easy. Scheiße. Poah. Soo. Alter. So. Junge. So, Junge. Ja. Boah. War schon besser, aber... Jo. Oh, Alter. So. Geht's? Jungs, ich mache jetzt nochmal Backflip-Telwip, ich hatte euch schon ein paar gemacht, aber da haben sich meine Kurbeln ab und zu mal verdreht, weil ich hab gerade absolut gar keine Kettenspannung. Auf Lock. Aber vielleicht hab ich gar nicht Lust, das zu machen, deswegen machen wir es jetzt so. Easy. Easy. Clean, man. Clean. Willst du noch was machen? One-Flip an dem kleinen, so scheiße gegen mach ich jetzt auf dem großen nochmal einen. One-Flip-Train. Alter. Bam. Easy. Easy, Digi. Willst du noch was cooles machen, Robert? Ähm. An sich. Das kann ich nochmal machen. Jungs, ich hab lange keinen Flip-Bars mehr gemacht. Na da. Ja. Der war richtig schnippig. Ja, der sieht irgendwie komisch aus irgendwie. Den hab ich richtig schnippig. Ja. Wie lange der wartet. Oh. Ja. Ja. Willst du was anderes machen? Äh, ich über den Leggans. Ah, ich mach nochmal Obo-Vip. Der lief ja heute so gut. Echt? Ich hab doch dabei die Nase und meine Eier eingehauen. Wär ich richtig auf der Pedale gewesen, hätt ich ihn gemacht, Mann. Mach. Oh, Alter. Okay, Leute, äh, der Patrick hat sich gerade leider verletzt auf der Matte, weil der einfach wieder stecken geblieben ist. Genau das will ich jetzt nicht erzählen. Aber auf jeden Fall, ihm geht's gut. Zumindestens. Und, ja, uns fehlt jetzt einfach die Motivation zum Fahren so ein bisschen. Er wollte ja eigentlich noch einen Obo-Vip machen, aber da der auch vorher nicht so ganz gut lief, lass ich das auch. Lass mal die Trauer sein und wir gehen direkt zum Gewinnspiel. Also, Leute. Das lang erwartete Gewinnspiel wird nun ausgelost. Cedric hat hier das Video. Wir haben hier das 1000 Abonnenten-Special. Kopieren den Link. Und gehen jetzt hier in diesen Generation. Ja, wir legen sie hin. Also, das ist ein einfachen Generator, den haben wir uns einfach rausgesucht. Damit ist der Link eigenkopiert? Link reingefügt. Und, ich würd sagen, geht los, oder? Warte, wollen wir kurz sagen, was wird's zuerst auslosen? Als erstes wird der Gewinner des Wash-Up-Sets ermittelt. Ich würd sagen... Das ist gespannt, Leute, das ist ein geiles Set. Wir drücken mal auf DK-Winner. Ich bin kein Roboter. Kurzer Cut, Freunde. Aber wir lassen es ungeschnitten, damit die nicht denken, wir faken. Okay, okay. So, kein Cut. Sorry. Jetzt aber. Bruder, mach jetzt das so. Ach, warte, das läuft. Ach, Bruder. Aber jetzt, warte mal, nein, 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 das muss jetzt irgendwo einer stehen. Oh, da! Das sind Raue. Das sind Raue, das ist die Motion-Rolle mal so verdient. Ich dachte, das waren sogar mehr. Ich hoffe, jetzt wurde keiner gelöscht, der hier mitgemacht hat. Das wäre ziemlich scheiße. Es könnte passieren, dass die in Spam-Ordner landen, wenn man zu viel kommentiert. Wer kackelt, weiß nichts. Wir hoffen mal nicht. Auf jeden Fall muss ich sagen, der Gewinner. Du bist kein Roboter, das hat sich nicht gekonnt. Und jetzt? Nein, wir konnten nicht. Ach, wir können bloß zweimal. Ich hab's kaputt gemacht. Okay, Leute, kurzer Cut. Free Daily! Wir müssen die Webseite wechseln. Wir machen jetzt eine andere Webseite. Was ist das, Junge? Hä? Was ist das? Nächste Webseite. Next 100 Antis. Ja, mehr. Nächste Webseite. Ach so, das ist schlecht. Scheiße. Da hab ich gerade gar nicht gereicht. Ich bin eigentlich sehr intelligent. Wir hoffen, dass wir nichts bezahlen müssen. Wähle einen Zahlungsmaß aus. Oh, du... Was? Da steht free! Da steht free! Das ist schon mal gut. Ach so, das ist 100 geladen. Perfekt. Ich würde sagen, wir melden uns gleich wieder. Okay, Leute, kommen wir nun zum Demotion Shirt. Entweder so, oder... Oder auch das. Ihr könnt euch ja raussuchen eure Wahl, welches ihr haben wollt. Das müsst ihr uns dann halt nur mitteilen. Und ich würde sagen, wir suchen den glücklichen Gewinner raus, ja? Also hier sieht man noch, damit ihr seht, dass es kein Fake ist. Es sind halt 762 Kommentare. Davon sind 726 geladen und 36 waren halt unsere Antworten. Und ich würde sagen, was geht's? Fidelis Meier. Ich will noch mehr Videos sehen. Okay. Hast du ja hoffentlich jetzt schon gesehen. Wir haben viele Videos gemacht. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch an Fidelis Meier zum Demotion Brand Teacher deiner Wahl. Also Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit dem Video. Wir hoffen natürlich, ihr habt's gefallen. Bleibt dran. Im nächsten Video wird dann aufgelöst, wer den 50 Euro Gutschein gewonnen hat. Freut euch im morgigen Video darauf, dass ein paar Drohnenshots mit dem Video sind. Wir sind mega gehypt. Wir haben richtig Bock. Deswegen schaltet morgen ein. Wenn es wieder heißt... Du willst nicht mit.